haben mich getötet sind über meinen meine leiche quasi hergefallen die schweine unterwegs kann man die nicht irgendwie länger stellen die tage habe ich geguckt kann man nicht auf bis gerade eingebauten darf oder ich bin fast an der wasserquelle ich bin hier an der wasserquelle den weg zu finden ist im dunkeln nicht gerade einfach ich bin hier an der wasser holen wollen willst du die jetzt noch holen gehen so schnell geholt waren noch die stickies was war das nochmal du brauchst orange aloe vera und die lila da kommen wirtschaftlich zu also sie kommen da den berg hochgerannt ich versuche gerade zum laufen ja ich war fast wieder tot ja 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 ich bin jetzt fast an der seilbahn scheiße lebst du noch ich bin unten an der seilbahn da sind noch zwei leider die sind aber ich schwer an werden wird etwas in den ins wasser gehen dann verschwinden die normalerweise haben sie viertel mein drittel fressen sie sich ich glaube sie haben es vor ja halb hier die schaffe ich nicht wir finden wie der r Drei Viertel. Ja, ich mache einen Restart. Bist du tot? Ja. Ja, hat es nicht schnell geschafft. Warum haben die dich gefressen? Das machen die doch sonst auch nicht. Ja, das ist anscheinend neu. Tja, jetzt ist hier natürlich gar nichts mehr, weil es noch gar nicht respawned ist. Das ist ja cool. Tja, ich bin so gut wie tot. Ich kann nichts essen, kann nichts trinken, weil es noch nicht respawned ist. Oh, da kriegt so ein Springbaby rum. Sehr schön. Hast du auch keine Axt? Ne, keine Axt, kein gar nichts. Ich kann auch nur gehen. Gut, wenn ich jetzt einmal im Haus bin, ist ja kein Problem. Weiß ich, wo ich bin. Du musst das meinen Namen sehen. Ja, natürlich. Ich sehe ja auch unser Haus. Ich hoffe so ein bisschen, dass ich die Seilbahn finde. Ah, ich sehe dich. Komm zu mir. Ja, ich sehe dich. Wir gehen hier oben lang. Dann brauchst du nicht an dem Ding uns lang. Ich bin fast tot, also... Warte. Ich muss dringend was essen. Essen. Hier. Danke. Sollte erst mal reichen, bis wir jetzt raus sind. Ja, ja, das reicht. Du kannst auch wieder laufen, oder? Ja, zwar nicht weit, aber ein Stück. Der Lusche ist komisch. Der läuft einfach um mich rum, anstatt von mir weg. Die Lusche sind ein bisschen buggy heute. So, dann schau mal einmal. Wir machen das so, dann schau mal auf. Wichen kann ich nach vorne gehen und nach vorne. Mach es nach vorne gehen, aber... ...wir... 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 ich bin auf der base ist mir gerade mal ein lurch das ist doof hier ist keiner mehr also die seilbahn war nicht ganz gut ich stelle ich bin gerade runtergefallen aber hat mir nichts getan ja ist mir auch schon passiert reichen sehe ich keine mehr bei der dunkelheit achtung draußen ist einer guten tag bin schon wieder tot der ist unten an der tür der hat aber schon ist schon angeschlagen hat nicht mehr viel ok komm halt rein ja ich kann nicht durch die tür schlag dritte ich erfriere fast muss mich jetzt retten rein machen wir füllen feuerchen an jetzt mal schnell medizin nehmen ich habe keine mehr ich habe noch Das war's für meine Team. was nicht gilt hammer wicht gerne hast mir auch zweimal das leben gerettet ja jetzt brauchst du medizin kein problem ich hab genug davon bitte danke na kannst du dir auch gleich die knochen nehmen jetzt brauchen wir einen neuen schlitten oder ich versuche noch mal ob ich den hier rauskrieg es ist ganz knapp also es wird angezeigt aber nimmt die nicht wo war der denn da war was noch baum harz oder was das ist ich will meine achs gehör hochpushen also gar nicht gemacht könnte ich aber auch mal machen also kannst du übrigens hier oben was nehmen was hier oben das weiß ich hat mal drei stück fleisch mitgenommen die älter sich bestimmt habe ich wieder zwei rüstung ich habe voll auf gerüstet auf schaden hat weiß auch mal höchste zeit noch hat ja ich habe natürlich habe ich noch was wir wachsen das sind aber jetzt viele horten naja es wird langsam gefährlich da draußen trotzdem brauchen wir stickies es hilft nix alia da sollte nur vielleicht mal auf die seite hier gehen da hinten sind ja auch stickies weiß ich nicht meinst du meinst da hinten durch jetzt sind die nein auf der anderen seite des haus ich weiß nicht wo du meinst egal sie sind direkt über uns so heißt was mir aufgefallen ist was denn dass alle mehr oder weniger die gleichen mottos für die motto woche haben zum thema den reichtum individualität mindestens drei beiträge über kindheitshelden sehen wer ist ein kindheitsheld mindestens drei beiträge halt auf tick tock über das motto halt kinder inhaltshelden dass drei schulen das gemacht haben das nennen wir mal ideenreichtum oder auf jeden das und wo ist er denn hin ja und 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 Ich auch, aber ich hab nur 13 20 Okay, die kann man ja nicht essen Ich hab dich da hinten zucken Ich hab ihn gesehen, ich dachte schon, du wirst ja angegriffen Nee, nee, ich hab mal die weißen beantwortet, wenn man die essen kann Aber, nein Ups, das war der falsche Strauch So, ich bin auf dem Weg zurück Ich auch So, Stücke haben wir jetzt genug Zeit fürs nächste Bauprojekt Wir müssen ja noch rehen Ja, rehen müssen wir noch haben Ja, aber die können wir ja nebenbei sammeln Bones Bones Wollen wir noch Wir pendeln sie auch schon wieder Dollenpändler Dachte, ich hätte irgendwo ein Häschen gehört Aber, nein So, wir gucken Wo war das Ding denn? Ah, da war es doch Oh, ich brauche mal dafür Oh, ich brauche mal dafür Sechs Seile Sechs Seile Und elf Baumstämme Andere Gute Welche Wollen wir mal Ich glaube, er hat mich gesehen. Bin mir nicht sicher. Schmeiß mal drauf. Wie viel hast du? Wie hast du? Null. Drei. Ja, dann ist beins. Hast du noch Seil, die du hier einbauen kannst? Fehlen nur noch zwei. Nein. Hm. Da schien aber nicht mehr so ein Liebes. Ah, da ist das Sechste. Ich hab's da. 5,5 Knochen. Das wird langsam hier schwierig. Holz abzubauen. Ja, er knugelt uns aber. Ja. 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 Wieso? Äh. Beerdigung. Nein. Er geht doch morgen in die Schule. Ja, aber hat Onlineunterricht. und wie lange brauchen wir dahin halbe stunde also elf, äh nicht elf, halb ein bisschen, ein Viertel nach zehn müssen wir da sein ein Viertel nach zehn müssen wir da sein ja gut